Hallöchen zu einer neuen Runde Conan Unconquer. Das wird Teil 2. Ich werde diesmal nicht fünf Wellen abwarten, ich mache nur drei. Und wir lassen sie auch gleich mal laufen. Ich habe da schon mal zwei Holzfällerlager gebaut und ein paar Hütten. Weil jetzt wird es dann doch ein bisschen schwieriger schon. Wir haben erstmal keine Schwertkämpfer, keine Kasse. Gut. Und? Ja. Nur drei, so acht. Ja, wir haben. Das fehlt eigentlich an allen. Gut. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Jetzt müssen wir mich dann erstmal eine Kaserne bauen, glaube ich. sehr schön. Kurz angehalten. Die stellen wir... Wir stellen mal die hin. Ja, ich glaube, die stellen wir hier hin. Das sieht gut aus. Gut. Was kommt denn überhaupt als erstes? 20 Lanzanträger und Speerschleuderer in anderthalb Minuten. Frage ist, von wo kommen die? Für den Fall, dass die von hier kommen, bauen wir das Tor ein. Und dann brauchen wir auch gleich noch... Die Hütten sind fertig, brauchen wir noch ein paar Hütten? Äh, was brauchen wir denn noch? Warte mal her. Training Ground complete. Stopp. Wir brauchen noch... Erstmal ein paar von denen. Training Swordmen. Gut, mehr wie drei kann man eh erstmal nicht herstellen. Herstellen ist so geil. Gut, die lassen wir alle herkommen. Äh... So ein Schrein brauchen wir auch noch. Ein zweiter Schrein ist gar nicht schlecht, wenn es dann mehrere sind, dass die auch alle geheilt werden. Und wir müssen, glaube ich, in der Runde einen Haufen... Mauern bauen. Training complete. Training Swordmen. Konstruktion. So, wenn die von da oben kommen... Ja super, der Turm ist unbesetzt. Ruf mit dir. Training complete. Dann sollte ich vielleicht noch... Training Javelin Soldier. Von den brauche ich jetzt eh mehr, ne? Da hinten dann noch... Ja, jede Menge hinbauen. Haha, das wird tricky. Tricky, tricky. Training complete. Training Javelin Soldier. Okay, die stecken wir auch nochmal mit in den Turm. Erstmal 2 zum Anfang. Und jetzt kommen die Kleider. Sind sie schon? Stopp. Die kommen doch von da, habe ich gewusst. So, dann auf geht's. Training complete. Wall under attack. Das wollen jetzt nicht so viel. Na, da kommen die Nächsten. Da brauchen wir gar nichts. Was haben wir noch? 14. Das ist was das Beste. Attack Wave defeated. Lassen wir noch ein paar kleine Spinnen. Das heißt, da gibt's ja noch was. Sehr schön, dass das... Keine Ahnung. Skorpione? No, no, no. Hattest du den Glückwunsch? Ja, und mehr wie am Otten. Autob triple! Er stremmt gar nicht rorde. Oh shit, ü- Okay! Puh, habe ich noch Fulos geschafft? Stahlskorpion und what? Okay, eine Runde zum Eilen. So, was haben wir? Holz haben wir genug da. Also, wir müssen jetzt gleich erstmal... Irgendwas bauen. Training complete. Training-Swordsman. Das wir den nächsten Angriff abwehren können. Ich weiß gar nicht von wo der kommt. Das werden wir gleich sehen. So, der zweite Angriff, der kommt auch irgendwo von oben. Ich bin bereit. Die Frage kommt er von da oder von da? Wo mache ich dicht? Ich glaube, ich mache hier oben dicht. Also, die lassen wir erstmal aufhalten. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch... Schlappig Standorte. Weil das deckt uns da oben nicht ab. Ah, ja genau. Na toll. Äh... Jetzt kommen wir da hin. Und dann müssen wir hier langsam eine Mauer bauen. Äh... So, jetzt müssen wir mal gucken. Kurz angehalten. Wir brauchen Mauern. Von da oben. Inmal schräg rüber bis hierhin. So ungefähr. Ups. Muss das doch freigeben. Und dann nochmal... Eine Mauer noch. Da hin. Ja, das sieht gut aus. Worum geht da unten? Können die jetzt da durchkommen oder nicht? Äh... Das ist wieder so ein Ding. Hm. Ich mache das jetzt mal. Constructing. Battle standard under attack. Aha, okay. Die kommt schon. Dann mache ich mal hier zu langsam. Wall complete. Okay. 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 Sieht das so gar nicht gut aus? Wo ist der Gegner? Der Gegner! Die Spinn... So. Die brauchen wir jetzt nicht. Okay. Da kommen die Nächsten. Was macht denn der da? Längere. Schon, ne? Gut. So, jetzt alle mal hier runter. Die konnten da vorbei. Wieso konnten die da vorbei? Und warum konnte ich da nicht bauen? Okay. Wieso kann ich da nicht bauen? Ist alles ein bisschen... ...mysteriös gerade. Oder? Aber... Nichtsdestotrotz... ...bauen wir einfach nochmal so eine Schlagstandarte dahin. Die müsste das... Da müsste doch die Hand da hoch schon alles abdecken. Na klar. Also entweder kommen die da nicht durch, oder? Genau. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und wir bauen jetzt... ...da einen Turm... ...und da einen Turm. So, dann müssen wir noch bauen. Äh... ...dass wir das erforschen können. Das Ding ist da. Was ich... ...Handwerker-Gilde nennt. So, jetzt habe ich es schon wieder. Hmhm. Eigentlich viel zu wenig Leute. Was kommt da als nächstes? Oh, von wo kommen die? Ich glaube, die kommt von unten. Erstmal reparieren. Und dann schauen wir mal. Erstmal alle geheilt. Yes. Können wir den... Jo. Hm, toll. Wir haben das hier. Da wir nicht genug... ...Nahrung haben. Ne, Nahrung haben wir. Wir haben nicht genug Hütten. Haha. Da war ja immer wat. Hütten. Ja, du hast kein Wohl. Konstructing. Training complete. Training javelin-Soldier. Ich reine mal nicht so weit weg. Du gehst da auch rein. Craftsmen guild complete. Da können wir jetzt nichts machen, weil wir keine Kohle haben. Na, super. Läuft. Rückwärts und der Gavau läuft. Warte mal, du gehst nicht da hin, sondern du gehst in den Turm. Ja, ihr seid zuzeitig. Okay. Das können wir jetzt erforschen. Da kriegt man nämlich jede Menge Nahrung. Dass wir auch neue Kämpfer ausbilden können. Das Problem ist, das dauert halt eine Weile. Und ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Seite die kann man machen. Wir brauchen erst mal ein Tor. Das kann man auch nicht machen, weil... Zu wenig Gold. Jetzt können wir das Tor machen. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Falls die von... Ja genau, die kommt von der Seite. Aha, alles klar. Das Tor im richtigen Moment richtig gesetzt. Sprich... Warten wir die Klammer hierher? So ist der innen nicht geheilt. Ah, was ist denn das für ein Typ? Mann, der verreckt doch gleich. Was ist denn das für ein Typ? So... Warte mal, Tor haben wir? Äh, was braucht man noch? Wir haben nichts zu essen. Ah... Das war noch nicht fertig, oder? Nee, ist noch nicht fertig. Hach! Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das... 27 Sekunden. Da halten wir dann kurz nochmal die Zeit an. Jetzt ist das nämlich fertig. Jetzt können wir... Könnten wir rein theoretisch. Wenn wir mal wie immer Kohle hätten. Was wir nicht haben. Okay. Gut. Jetzt können wir nämlich da oben ein Feld hinbauen. Wo es gleich mal ordentlich Nahrung gibt. 20 Nahrung. Das passt. Gut. So, Bruno. So. Du gehst dann auch mit dahin. Oh, die kommen jetzt gleich da oben. Ja, das doof ist. Wir haben... Wir können... Ah. Die können wir aufwerten. Aber es fehlt... Kohle. Gut. Wir lassen jetzt die dritte Welle durch. Und dann... In der nächsten Runde müssen wir uns auf die Kohle konzentrieren. Vier, vier. Hm. Wie viele Leute kommen? Das rennt hinterher da rum. Oh, die runde. Das ist ein ganz schön schmierer. Das ist ein ganz schön schmierer. Das ist ein ganz schön schmierer. Geil! So, wo er eine Spezialfähigkeit hätte... Geil! So, wenn ich eine Spezialfähigkeit hätte... Gut, er soll sich ganz... Und dann. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Sehr schön. Gut, und somit haben wir sie alle rund gemacht. Das war jetzt dann auch die dritte Welle. So. Dann lassen wir sie noch erholen. Und wie gesagt, ich mache diesmal nur drei Wellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.